Hey Leute, ich bin's Phil und willkommen zu einer weiteren Folge Warho 4 zusammen mit dem Dr. Banks. Hallöchen Leute, yo. Und wir joinen. Nein, Phil, das war mein Part, ich wollte das heute sagen. Oh shit, es tut mir leid. Ben, ich bin hier im Nether, joint uns jemand nach. Wir waren übrigens aktuell, aber... Ja, das erste Mal. Oh ja, das stimmt, weil wir einfach keine Zeit hatten. Könnte ja wirklich sein, dass uns jemand nachjoint. Also jeder wusste seit ungefähr sieben Stunden, wo exakt wir uns befinden. Genau, wir leiden ja immer am Wochenende um 9 Uhr hoch. Ach, sieht nicht so aus, dass hier jemand kommt. Nee, ich denke mal nicht. Ich glaube, ich erkläre mal ein bisschen, was jetzt gerade aktuell Sache ist. Es gibt vier Teams, es gibt auch Einzelspieler, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt Einzelspieler angreifen. Das ist ja ein bisschen doof, zwei gegen einen. Es gibt vier Teams, die aktuell sind, also die man eigentlich snipen könnte. Also Problem ist, dass die alle ihre Folge mit Absicht heute später hochladen, damit man quasi nicht sieht, wo sie sind. Also sie haben quasi, heute würde ihre aktuelle Folge kommen. Die ist aber noch nicht online, so das ist ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Action, schauen, dass wir Firespec bekommen und Goldäpfel. Ein bisschen Kies sollten wir auch mal erfahren. Ja, ich habe ein bisschen Kies. Ja, ach nee, wir müssen echt noch ein bisschen was machen. Ben, kommst du zu mir? Wenn wir richtig Glück haben, treffen wir, ja ich komm, ich fahre nur kurz noch hier, wenn wir richtig Glück haben, treffen wir jemanden. Das wäre natürlich sehr nice, das ist aber leider nicht wahrscheinlich. Und ansonsten, wenn wir nächste Folge dann versuchen, Leute zu snipen. Oh, Ben, das bist du. Hey, Mann. So, wo sind wir überhaupt? Minus 193 hinter dir. Warte, ist doch ein bisschen was explodiert, oder? Ja, ja, vom Gast. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay, solltest du mich hier aufstellen? So, hast du noch Eisen? Ja, warte, droppe ich dir, da hast du noch ein Eisen. Okay, soll ich dann Amboss machen? Das noch? Ja, ja, ja. Ich habe gar kein Holz mehr, aber alter, what the fuck, Achtung. What the fuck, wo ist der? Der schießt nach uns, alter. Alter, fuck, pass auf. Hey, da hinten ist er. Ey, der scheiß Garst, Mann. Ich habe einen Bogen. Boom, neul nicht getroffen. Aua, fuck. Jawohl, nice. Mega Fight in Varro. Alter, liebe Scheiße. Fast gestorben. Ey, mach mal Kohle bitte in den. Das hat mir schon viel abgezogen. Mach mal Kohle bitte in den einen Ofen. Ne, kein Bock. Warte kurz. Warte halt nicht. Mir auch egal. Warum Kohle, Alter? Was hast du denn da drin? Ah, hier. Ja, einen Haufen Essen. Ja, ja, chill jetzt erstmal. Wir machen Amboss. So, liebe Freunde, ich weiß auch übrigens, ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Schütz 2 habe ich nicht alles verzaubert. Die Schuhe habe ich Schütz 1. Den Helm habe ich zweimal gemacht. Schöne, weil das was von mir verheimlicht hast. Ich musste das hier erst durch die Kommentare erfahren. Ja, genau. So, Stärke 1. Fuck, ich habe nur ein starker 1 Buch verfügte Scheiße. So, aber was ich jetzt als erstes mache. Du musst ja ganz kurz am Auge brauchen. Du musst dann, hast du überhaupt Power 3, mein Bogen? So, was ich als erstes mache, ist Schärfe 4. So, Schärfe 4 ist gemacht. Ähm, okay, gut. Ich habe jetzt halt auch schon wieder so viel Level, ne? Aber wir bleiben wirklich nur die halbe Folge. Dann gehen wir raus. Hast du die Zeit im Auge? Ich habe die Zeit im Auge. Okay, sehr schön. So, okay, gut. 43 Gold haben wir noch übrig, ne? Ich mache jetzt Minus, weil ich über 16 Level habe. Aber ich fahre mir jetzt hier einfach durch, weil jetzt bin ich einmal hier oben. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Stärke, Stärke. Komm, Stärke. Können wir auch mal gebrauchen. Nehme ich das Stärke-Ding mal. Schutz, da haben wir Schutz auch schon wieder. Jawohl. Diesmal die Schuhe. By the way, Logo und Minus-Dude sind unmittelbar hier. Also quasi wirklich so 10 Sekunden von uns weg. Also wenn die sich jetzt einloggen würden, dann wird es Action geben. Oh ja. Aber wir glauben nicht, dass sie heute aufdrehen. Ich denke, ja, die sind schon ein bisschen weiter weg, ne? Also es geht jetzt. Nicht so weit. Ja, schon. Also ich wüsste jetzt noch nicht mehr die Cardis, ne? Aber so Minus 60 oder so. Ja, gut, direkt am Portal halt. Ja. So, wenn auch nicht zu weit abhauen, ne? Da unten ist noch ein bisschen was. So, die Farm haltet man. Ja, klar. Muss halt zurück. Kann mir auch die Decke ansehen, aber. Was jetzt so schön ist, weiß ich nicht. So, wir wissen ja den Weg zurück. So kompliziert war es jetzt auch nicht. Besonders die ersten Level geht so schnell, wirklich. So nice, einfach nur. So ziehen wir los. Ich habe jetzt 17, fast 18. Wieder? Echt? So viel? Ich gönne mir das. Ja, es geht halt nie aus. Alter, Ben, ich habe keine Spitzhacke mehr, ne? Ich habe aber 5 Level dabei. Shit. Ja, wir haben jetzt nur noch 4 Eisen übrig. Ich weiß nicht. Gar keine Spitzhacke, man hat kein Eisen mehr. Ne, gar nicht. Also ich habe 4 Eisen noch übrig. Das ist nicht so geil. Ehe, dann hoffe ich mal, dass meine ist kaputt. Ich habe 60, 6, what the fuck. So, die Stärke. Ich habe mir eigentlich keine Spitzhacke. So, Schutz, Schutz, 2. Okay, ich habe jetzt 18, ich komme mal zurück zu dir. Ja. Okay, jetzt bin ich alles Schutz, 2 endlich mal. Ich habe 4. Nur noch Fire Aspect dann, Alter. Shit, komm bitte. Das muss was werden. Zack, 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 zack. So, okay. Okay, was brauche ich denn? Ich habe Power 3. Ja, Bücher muss ich ja zu zaubern jetzt eigentlich. Ich mache mir aber auch ein Schwert. Stärke 2. Stärke 2. Ich brauche 5 Level. Kannst du mir eine Spitzhacke kurz geben, bitte? Dann mach das noch kurz. Das kann ich nicht. Ich habe nur eine Spitzhacke und die hat du rebuildig die 2. Soll ich noch? Komm, ich mache mir eine Eisenspitzhacke nochmal, okay? Dann haben wir noch ein Eisen. Okay. Gut, dann gehe ich nochmal ganz kurz. Kann ich mir eine starke 3 Bogen machen? Das ist auch nicht schlecht. Gibt es mehr Schärfe? Ist ja nicht so geil eigentlich. Wobei, Schärfe brauchen wir schon eh auch. Aber ich will jetzt nicht mein ganzes Momentar mit Büchern voll. Ja, Alter, bei mir auch. Schärfe. Das ist mega da scheiß. So, 2. Schärfe, Schärfe. Oh, das müsste ich hinbekommen vom Level hier. Ah, das geht doch schnell. Schärfe. Ey, du kriegst einfach keine Verbrennung, Alter. Schutz. Oh, Schutz ist nice. Das brauche ich. Und 5. Jawohl, okay. Gut. Doch, Schutz, nice. Okay. Da packe ich mir hier mal Schutz drauf. So, Schutz hier haben wir schon. Dann machen wir Schutz 2. Quatsch hier. Ich baue noch ein bisschen was ab. Okay, dann mache ich mir mal Schutz 2 Hose. Okay. Also wir haben jetzt gleich so 7 Minuten, ne? Also 7 Minuten. Schutz 2 Schuhe. Da müssen wir gleich schon wieder los eigentlich, ne? Ja. So, ich habe jetzt 3 Schutz 2 Teile. Okay. Und dann weiter. Okay. Ey, du kriegst keine Verbrennung mehr. Es ist. Ne, ja besonders auf Büchern halt, ne? Musst du mit Schwertern machen. Ja, ja. Ich mache ja die ganze Zeit abwechselnd mit Schwertern. Okay. Ja, für haltbar. Ich habe auch noch ein paar Eisenschwerter im Inventar. Effizienz, 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 Federtal. Oh mein, das ist jetzt so. Aber ich kann mir jetzt komplett Schutz 2 machen, nicht mehr das richtig. Das ist auch geil. Ja. Dann nur noch Verbrennung, Alter. Ein bisschen Goldäpfel noch oder so. Das war es dann. Dann brauchen wir nichts mehr. Aber ja, wir hatten es... Ja, ich habe komplett Schutz 2. Es war echt alles nice, außer halt wirklich die Verbrennung. Dann mache ich hier mal... Ne, ist das Buch komplett verschwenden? Ne, ich jetzt auch nicht. Dann mache ich mal... Das sind ja noch viele Bücher. Ich meine, Spitzhacke ist verzauber. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich mache mal kurz ein Holzschwert oder so. Aber das hier mal. Weil die Bücher verwasten würde ich jetzt auch nicht. Ja, gut. Aber wir haben ja viele. Ihr Schärfe aufs Holzschwert. Ach, Mann. Bann, Alter. Und Halbbarkeit. Wer braucht denn sowas? Ja, ich gehe jetzt wieder zurück. Kommen wir so langsam mal raus. Aber ich habe keine Level mehr. Okay, dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Ja, warte, warte. Ich will noch was kurz machen, ne? Okay. Ganz kurz ein Starke-3-Bogen. Du hast dann auch Starke-3, gell? Starke-3 habe ich, ja. Ja, nice. Das Fleisch ist nicht ganz durchgebraten. Ist nicht so da. Starke-3. So, okay, dann rufe ich mal mein Inventar auf. So, hier haben wir die Bücher. Pfeile haben wir hier. So, was wollte ich nochmal? Sechs-Level habe ich jetzt noch. Nee, dann habe ich auch richtig viele Diamanten-Level. Schärfe eins, Alter. Komm, das kann ich alles zusammenlegen. Ey, wir haben so viel Essen, ne? Das ist eigentlich echt nice. Rückstoß, alles machen. Ich sage es, wir werden das Zuckerrohr sowieso nicht anbauen, oder? Da kann ich auch mal die Bücher wieder ausmachen. Ja. Ich mache jetzt nochmal ein Schärfe-Eisen-Schwert, ne? So. Oder, ja, nee, das bringt nichts, wenn ich das... Ach man, ich brauche Holz. Komm, ich verzauber es mir noch mal ganz kurz. Dann lege ich die zwei zusammen. Vielleicht könnte ich mir eigentlich auch Power-4 noch machen. So. Komm, Pfeile, wir haben nicht so viel Zeit. Warte. Dann schicken wir es echt nicht raus. Ja, okay. Nee, leider nicht. Okay. Baust du alles ab? Ich habe nicht so viel Platz. Ja, meinst du ich habe Platz? So, das Nether-Quatz, das brauchen wir nicht, ne? Nee. Okay, äh, weißt du, was dann geht? Ähm, nee, nicht... Also in die Richtung, glaube ich mal. Wir müssen ja 0-0... Da unten hin erstmal, ne? Komm, hier hin, oder? Schatz mal. Ja, richtig. Von da sind wir gekommen. Wie bist du denn verrückt, Mensch? Geil gestorben! Nein, das wäre... Ich kann mich erinnern, an das war ein SoCent, bin ich vorbeigelaufen. Ja, irgendwo zu rechts jetzt, oder so. Und jetzt aufpassen, nichts abbauen, oder so. Das kann alles Falle sein. Ja, ach, nee. Selbst weiter weg, ja? Also hier wird es noch keine Falle sein. Nee. Aber trotzdem, Alter, was ist hier? Boah, hey, klar, war drunter versorgt. Echt? Oh, ja. Es geht, komm, ein bisschen Jump-Run. Bisschen Block unter einem abbauen. Wobei, das sollte man schon noch mitten in mir, wenn ja schon das so... Ja, klar. ...ein Silbertablett serviert wird, sag ich mal. Ja, ne? Der Spitzsack ist eh gleich broke. Hast du da noch Eisen für mich? Ich habe Eisen gar keins mehr, eins habe ich noch. So, Ben, aber nicht, dass wir jetzt falsch abbiegen, oder so. Warte, wir werden beschossen. Alter. Ich habe dich gefragt, ne? Du weißt es noch. Hoffentlich. Warte, ich muss kurz den Gas killen. Ja, komm, kill ihn nicht scheiß drauf. Ich sehe den auch nicht mal. Der beschießt mich, aber. Ja, okay, komm. Sicher, dass es da lang geht? Nee. Oh, Ben. Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, doch, da geht es lang. Okay. Mann, wie Gas sind hier denn, Alter? Ich weiß nicht. Oh, Gott. Ja, also bei dir sind wir safe nicht gekommen. Nee, aber du meinst ja, da geht es zurück. Aber ist dir auch egal. Ja, ja, dann geht es zurück. Alter, Ben. Wenn nicht hier sterben, bitte. Äh, ist so ein Block. Nee, aber spring hier rüber. Warte, ich mache, ich mache. Wir sind so risky hier, Alter. Komm, let's go. Ja, das hier unten, das war alles noch gar nicht da, oder? Nee, hier, von hier sind wir auch nicht gekommen. Wenn das jetzt eine TNT-Falle gewesen, dann haben wir beide tot gewesen. Ja, gut, bisher haben wir alle die Fallen überlebt. Ich hab's auch in den Ader gesprungen. Ja, ja. Bisher haben alle die Fallen überlebt. Man weiß nicht, ob der Erste bald stirbt. Das ist auch schwierig, jemanden zu töten, der Full-Dia mit Schutz hat. So, weil ich meine, du kriegst einfach echt wenig Schutz. Leute, da kann man das jetzt nicht haben. Mann, wir haben nicht den Weg zurückgenommen, den wir genommen haben. Nee, das ist scheiße. Aber immerhin noch ein bisschen Level mitnehmen. Alter, was bei mir gelegt hat. Ja, hier ist Ehe. Wir müssen gleich da sein. Okay. Ja, ja. Also hier ist schon Gefahrenzone. Hier würde ich nichts abholen. Meinst du? Okay. Naja, das ist nur 100 Blöcke vom... Wobei, also hier... Warte, ich esse erst mal das Hammelfleisch. Das ist irgendwie scheiße. So. Ja, jetzt müssen wir uns hochbauen, oder? Ja. Nee, müssen wir gerne. Wir können so ein Kling. Aber hier ist so viel Quarz, Alter. Ja, ach nee, das... Ganz ehrlich, scheiße Fallen. Das ist echt, Alter, Quarz. Das ist so geil, einfach fürs Level-Farmen. So nice. So, ich habe im Alter... Jetzt setzen wir hier hoch. So. Ja. Aber hier, als ob hier eine Falle ist. Ja, gut, aber. Ich meine, das könnte schon sein, aber... Das kann sein. Zehn Level jetzt. Weil die haben ja halt auch nicht unendlich TNT und so viele Fallen sind ja schon... Waren Blindgänger, sag ich mal. Also die haben zwar schon geklappt, aber... Oh ja. So, ähm... Da oben drüber ist es wieder entgast. Ein paar Minütchen haben wir noch. Wir sind nicht mehr weit weg. Der Spawn müsste jetzt eigentlich gleich zu sehen sein. Ja. Aber hier können wir nicht lang gehen, ne? Ist ein Riesen-Laber. Ach, fuck. Alter. Ja, der Spawn ist genau da. Genau da auf der anderen Seite. Echt? Ich habe doch gesagt, wir sind ein bisschen weiter weg, ne? Ja, wir sind doch so komisch gelaufen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir uns die hier hochbauen, oder? Ja, irgendwie müssen wir jetzt vorbei. Ja. Das fakt ist richtig ab. Wir sind so nah am Spawn. Das sind 60 Blöcke. Ja, wir schaffen das noch in dieser Folge raus. Müssen wir. Wir müssen den... Ja, ja. Hier muss es... Ja, nee, wir müssen gar nicht über den, aber sie sich cut. Okay, nice. Ja, hier haben wir auch schon abgegeben. Ja, der muss irgendwo hier sein. Okay, ab hier würde ich echt nichts mehr abbauen, so. Kein Plan. Ja, da ist es. Oh, nice. Okay. Hier ist auch gar nichts mehr wirklich an... Ne, da... Äh... Quarz. Lass mal die Kiste öffnen! Oh, Alter! Oh, Junge, ich hätte sie fast geöffnet! Verrückt, Alter. Junge, ich... Ich habe mich richtig erschrocken, ne? Oh mein Gott. Alter, what the fuck, Mann! Was? Oh, leck! Lass sie mal angreifen. Oh Gott. Ja, nicht auf das Kies, ne? Pass auf, Alter. Sorry. Oh Gott. Hattest du die angegriffen? Ja. Ben, wir rennen mir jetzt alle hinterher. Scheiße. Laufen die unendlich hinterher? Ja, ich glaube schon, ne? Ich warte. Also, wir brauchen... Oh Gott. Lass mal zu den... Da hinten sind Eichenbäume. Ben! Hilfe! Das ist der Kisi halt, Alter. Das sind echt ziemlich viele. Du bist so okay, Mann. Du hast Schäffel hier. Aber ich will nicht, dass die meine Rüstung am Arsch machen. Stimmt, das ist ein Anstieg. So, ich habe ein paar... Okay. Äh, Ben, wo bist du hin? Okay, bei den Bäumen, ne? Ich bin zu den Bäumen hingelaufen, ja. Hier unten. Oh mein Gott, hier sind ein paar Fallen, ne? Ja, ja, ich weiß. Da waren auch Kies und so. Das Kies ist safe, Falle. Ja, ja, klar. Oh Gott. Das ging da... Keine Ahnung, da wird man safe sterben. Also, das war Damage-Falle. Ein bisschen Eisen wäre halt geil, damit wir uns zumindest irgendwie eine Eisenachse machen könnten oder so. Ja. Haben wir aber leider nicht. Also, hier Sand. Ich weiß nicht. Hier ist einfach... Oh mein Gott. Hier sind noch safe, überall Fallen. Oh mein Gott. Ja, bist du... Ich bin schon beim Holz, Digga. Ja. Ich auch gleich. Hier kann ich mir irgendwie... Ich meine, eine Steinachse. Ja. Muss ich jetzt auch machen. Ich brauche Holz halt auch, ne? Oh, hier ist Kies. Hatte ich nicht auch mal eine Schaufel? Die habe ich schon weggeschmissen. Wieso habe ich die weggeschmissen? Das ist doch gut. Oh Gott. So. Lass meine Craft-Manshee hinstellen. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt, Alter. Ich habe noch nicht mal Stein, Ben. Kannst du mir Stein geben? Ja, ich habe nicht mal eine Spitzhacke, Mann. Ich bin so broke. Ich habe eine Spitzhacke. Ah, scheiße. Ich kann mir ganz kurz Stein fahren. Wo bist du überhaupt? Ich muss mir jetzt mal Holzspitzhacke machen, ey. Ah, hier Stein. Okay, baue ich das mal ab. Ich brauche drei, sechs. Holzspitzhacke. Wir fangen von Anfang an. So, drei Stein. Komm. Äh, Alter, ist doch scheiße. So. Dann machen wir uns ganz kurz hier die Axt. Ja. Bauen wir hier ein bisschen was ab. So, Ben. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Äpfel bekommen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe ja auch schon fünf. Also wir haben schon ein paar. Das kann weg. So, okay. Bist du eigentlich bei mir? Ne, ich glaube nicht. Dann wird es ja auch egal. Okay, dann fahren wir mal. Ah doch, hier. Ich sehe dich. So, mal schauen. Okay, Ben. Äh, ich fahre mich hier ein bisschen weiter links von dir ab, ne? Jo. Jetzt aber schön schnell mit der Axt. Und dann hier schön. Müssen wir ein bisschen schnell sein, wenn wir noch Äpfel kriegen. Ja. So. Wir bauen jetzt einfach die Stämme ab. Und dann lösen sich die Blätter von allein auf. Und... Nein. Lola, Zopp, ey. Ja, klar. Hey, wir waren viel zu langsam. Ja. Ja, gut, aber... Ja, aber das droppt ja auch nicht, ne? Wenn hier niemand in den Näh ist. Mal schauen. Ja, es ist aber direkt am Spawn, Digga. Ja, ja, klar. Also, vielleicht gibt es nächste Folge einen Kampf. Man weiß nicht. Ich... Wir sind mal gespannt. Man kann nichts versprechen. Das ist jetzt doof, dass wir gar keine Äpfel bekommen haben. Ne, gar keine. Ich habe auch echt gar nicht mehr so viel Essen. Vielleicht da vorne noch. Ist da einer gespawnt? Komm, Apfel. Und... Ne, hier ist gar nichts gespawnt. Schade. Wir haben immer noch keine Verbrennung gehabt. Das könnte ein Problem werden. Da müssen wir sich mal gucken. Das war es jetzt zu dieser Wache-Folge, liebe Freunde. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall morgen wieder rein. Und das war es zu diesem Video. Wir sehen uns morgen. Haut rein und ciao. Ciao. Ciao.